Lektion 1 Frühstücksfavoriten Anna, was hast du heute Morgen zum Frühstück gegessen? Ich hatte Toast mit Butter und eine Tasse Tee. Was ist mit dir? Ich hatte Haferflocken mit frischem Obst belegt. Es ist sättigend und nahrhaft. Das klingt gesund. Fügst du deinem Haferbrei etwas Besonderes hinzu? Manchmal füge ich Honig und Nüsse für zusätzlichen Geschmack und Knusprigkeit hinzu. Lecker! Ich liebe Honig in meinem Tee. Es verleiht die perfekte Süße. Ganz gewiss! Bevorzugst du morgens Tee oder Kaffee? Ich bin definitiv ein Tee-Fan. Es ist beruhigend und sanft. Ich genieße Kaffee für den zusätzlichen Schub, aber ich liebe auch Tee. Was ist deine Lieblingskaffeesorte? Ich mag einen guten Capuzino. Der Schaum ist so cremig. Das klingt köstlich. Normalerweise bleibe ich bei Kräutertees. Kräutertees sind großartig. Sie sind so beruhigend. Ja, ich mag Kamille. Besonders vor dem Schlafen gehen. Das ist eine kluge Wahl. Ein beruhigender Drink am Abend kann zu besserem Schlaf führen. Unbedingt! Lass uns bald ein Frühstück haben, um neue Rezepte auszuprobieren. Ich bin dabei. Das wird ein lustiges kulinarisches Abenteuer. Lektion 2 Einkaufspläne Anna, ich habe vor, dieses Wochenende neue Klamotten einzukaufen. Das klingt lustig. Hast du einen bestimmten Stil im Sinn? Ich denke an eher lässige Outfits für den Alltag. Gute Wahl. Freizeitkleidung ist bequem und vielseitig. Genau. Was ist mit dir? Suchst du nach etwas Bestimmtem? Ich brauche ein paar neue Schuhe. Meine alten sind langsam abgenutzt. Schuhe sind unverzichtbar. Bevorzugst du Sneakers oder etwas Eleganteres? Ich liebe Sneakers. Sie sind so bequem zum Herumlaufen. Gute Wahl. Ich habe gerne eine Vielzahl von Schuhen für verschiedene Anlässe. Das macht Sinn. Mit den richtigen Schuhen ist es einfacher, Outfits übereinanderzulegen. Hast du darüber nachgedacht, wo du einkaufen kannst? Ich denke darüber nach, mir das neue Einkaufszentrum in der Stadt anzusehen. Ich habe tolle Dinge darüber gehört. Lass uns zusammengehen, wenn du willst. Ja. Es wird Spaß machen, einzukaufen und danach zu Mittag zu essen. Perfekt. Ein Einkaufstag klingt wie ein Knaller. Lektion 3. Gesundes Essen Anna, ich konzentriere mich in letzter Zeit darauf, mich gesünder zu ernähren. Das ist toll zu hören. Welche Änderungen haben Sie vorgenommen? Ich versuche, mehr Obst und Gemüse in meine Mahlzeiten aufzunehmen. Fantastisch! Ihre Qualität ist auf dem lokalen Markt wirklich gut. Ich stimme zu. Frische Produkte machen einen großen Unterschied im Geschmack. Welches Gemüse magst du am liebsten? Ich liebe Brokkoli und Paprika. Sie verleihen Gerichten Farbe. Die sind köstlich. Ich bin ein großer Fan von Spinat und Karotten. Spinat ist so vielseitig. Fügst du ihn zu Smoothies hinzu? Das sollte ich versuchen. Smoothies sind eine leckere Art, die Ernährung anzukurbeln. Definitiv. Welche Frucht fügst du gerne hinzu? Bananen und Beeren sind mein Favorit. Sie sind süß und nahrhaft. Perfekte Kombination. Lass uns bald einen gesunden Kochtag haben. Ich bin dabei. Es wird Spaß machen, gemeinsam mit neuen Rezepten zu experimentieren. Anna, ich plane eine Reise nach Thailand. Kannst du mir helfen? Ich bin neugierig auf die besten Sehenswürdigkeiten. Irgendwelche Vorschläge. Definitiv. Du solltest in Bangkok anfangen. Das Streetfood ist unglaublich. Das habe ich gehört. Was ist dein Lieblingsgericht, das du dort probieren kannst? Ich liebe Partei. Es ist ein Muss. Hast du es jemals versucht? Noch nicht, aber ich freue mich darauf. Was ist mit kulturellen Städten? Der Grand Palace ist atemberaubend. Sie werden die Architektur lieben. Das klingt fantastisch. Ist es einfach, sich in der Stadt vorzubewegen? Perfekt. Ich möchte auch einige Inseln erkunden. Irgendwelche Empfehlungen? Kofi-Vieh ist atemberaubend. Die Strände sind wunderschön. Ich habe Bilder gesehen. Welche Aktivitäten kann ich dort machen? Schnorcheln und Wandern sind beliebt. Die Aussichten sind atemberaubend. Das klingt nach einem Abenteuer. Sollte ich alles im Wohraus buchen? Es ist eine gute Idee für Unterkünfte. Besonders in der Hochsaison. Danke für die Tipps. Ich fange sofort an, meine Reiseroute zu planen. Lektion 5. Kaffee zu Hause Anna, hast du schon einmal versucht, zu Hause Kaffee zu kochen? Ja, ich liebe es, meinen eigenen Kaffee zu brauen. Es fühlt sich lohnend an. Welche Methoden verwenden Sie? Ich bin neugierig auf den besten Weg. Normalerweise verwende ich eine französische Presse. Es macht reichhaltigen Kaffee. Das klingt interessant. Wie bereitest du es vor? Einfach grob gemahlenen Kaffee und heißes Wasser dazu geben, dann ziehen lassen. Wie lange lässt du es ziehen? Etwa vier Minuten, dann den Kolben herunterdrücken. Das sollte ich versuchen. Welche Kaffeebohnen empfiehlst du? Frisch geröstete Bohnen machen einen großen Unterschied. Achten Sie auf Qualität. Das behalte ich im Hinterkopf. Fügen Sie Ihrem Kaffee etwas Besonderes hinzu? Manchmal füge ich einen Spritzer Vanille oder eine Prise Zimt hinzu. Das klingt köstlich. Normalerweise trinke ich meinen Schwarz. Lektion 6 Positive Wirkung Anna, ich freue mich darauf, die Branche positiv zu beeinflussen. Das ist wunderbar. Auf welchen speziellen Bereich konzentrieren Sie sich? Ich arbeite an Nachhaltigkeitsinitiativen. Es ist entscheidend für unsere Zukunft. Unbedingt. Unternehmen müssen umweltbewusster werden. Haben Sie darüber nachgedacht, wie Sie zur Nachhaltigkeit beitragen können? Ich habe darüber nachgedacht, Recyclingprogramme in unserer Gemeinde zu fördern. Das ist eine hervorragende Idee. Jede noch so kleine Anstrengung zählt. Genau. Bildung ist der Schlüssel. Die Menschen müssen die Vorteile verstehen. Welche Projekte haben Sie bisher gestartet? Ich organisiere einen Workshop, um nachhaltige Praktiken zu diskutieren. Das klingt vielversprechend. Ich helfe gerne, wenn du Freiwillige brauchst. Lektion 7 Funde aus gebrauchtbaren Läden Hey, Anna, warst du schon einmal in einem Sekund-Handladen? Ja, ich liebe es, in ihren einzigartigen Funden zu stöbern. Was ist der beste Schatz, den du dort entdeckt hast? Ich habe einmal ein Vintagekleid gefunden, das perfekt für eine Party war. Das ist genial. Sekund-Hand-Läden können versteckte Juwelen haben. Unbedingt. Sie können alles finden, von Büchern bis hin zu Möbeln. Ich habe gehört, dass die Leute auch tolle Angebote für Wohnaccessoires machen. Ja, ich habe meine Wohnung mit gebrauchten Gegenständen dekoriert. Haben Sie Tipps für Sekund-Hand-Käufer, die zum ersten Mal einkaufen? Seien Sie geduldig und überprüfen Sie jeden Abschnitt. Du weißt nie, was du finden wirst. Guter Rat. Ich werde darauf achten, genau hinzuschauen. Und zögern Sie nicht, manchmal Preise auszuhandeln. Das ist ein nützlicher Tipp. Das werde ich bei meinem nächsten Besuch im Hinterkott behalten. Lektion 8. Grundlagen des Rettungsboots Anna, wusstest du, dass Schiffe jetzt genug Rettungsboote transportieren müssen? Wirklich. Das ist eine wichtige Sicherheitsmaßnahme. Warum ist sie notwendig? Es soll sicherstellen, dass alle Passagiere in Notfällen die Möglichkeit haben, zu evakuieren. Das macht Sinn. Gab es Vorfälle, die zu dieser Regel geführt haben? Ja. Historische Katastrophen haben die Notwendigkeit einer angemessenen Sicherheitsausrüstung deutlich gemacht. Auf welche Katastrophen beziehen Sie sich? Die Titanitragödie ist das berühmteste Beispiel. Es hat die Seerecht geändert. Es ist schockierend, wie solche Ereignisse zu besseren Sicherheitsvorschriften führen können. Genau. Es geht darum, aus Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Denken Sie, dass moderne Schiffe jetzt sicherer sind? Definitiv. Sie verfügen über fortschrittliche Technologie und strenge Sicherheitsprotokolle. Das ist beruhigend. Welche anderen Sicherheitsmerkmale haben Schiffe heutzutage? Viele machen vor dem Abflug Rettungsbootübungen, sodass jeder weiß, was zu tun ist. Ich liebe das. Das ist wichtig für die Vorbereitung. Was ist mit Kommunikationssystemen? Schiffe verfügen jetzt über eine verbesserte Kommunikation für Notfälle wie Notsignale. Das ist entscheidend. Ich fühle mich viel sicherer, wenn ich weiß, dass diese Maßnahmen getroffen wurden. Ich auch. Sicherheit sollte auf dem Wasser immer oberste Priorität haben. Lektion 9. Krebse und Freunde Anna, hast du je Krebse aus der Nähe gesehen? Ja, das sind faszinierende kleine Kreaturen. Was findest du interessant an ihnen? Ich liebe es, wie sie ihre Farbe ändern können. Es ist, als würden sie eine Schufe ansteigen. Das stimmt. Hast du jemals einen gefangen? Nein, aber ich habe sie in Seen mit Schildkröten und Schlangen gesehen. Eine Schildkröte und eine Wasserschlange? Das klingt nach einem lebendigen Ökosystem. Das ist es wirklich. Jede Kreatur spielt in ihrem Lebensraum eine Rolle. Genau. Sie sind aufeinander angewiesen, um das Gleichgewicht zu halten. Wussten sie, dass einige Krebse mehrere Jahre leben können? Wirklich. Das ist beeindruckend. Was essen sie? Sie sind Allesfresser und genießen Pflanzen und kleine Insekten. Das ist interessant. Die Natur ist so miteinander verbunden. Hast du jemals darüber nachgedacht, Meeresbiologie zu studieren? Hab ich. Ökosysteme zu erkunden, klingt nach einem Abenteuer. Lass uns bald ein lokales Aquarium besuchen und mehr über sie erfahren. Lektion 10. Wege zum Community College Anna, wusstest du, dass viele Programme direkt zu Jobs an Community Colleges führen? Ja, sie sind eine großartige Option für praktische Fähigkeiten und einen schnellen Einstieg in die Belegschaft. Welche Programme sind Ihrer Meinung nach am beliebtesten? Krankenpflege und Kochkunst sind auf jeden Fall sehr gefragt. Das macht Sinn. Diese Bereiche brauchen immer qualifizierte Fachkräfte. Außerdem sind Community Colleges oft günstiger als Universitäten. Genau. Es ist eine kluge Wahl für viele Schüler. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, sich dort für ein Programm anzumelden? Ich habe darüber nachgedacht, einen Programmierkurs zu belegen. Das ist eine wertvolle Fähigkeit. Programmieren ist definitiv eine gute Wahl. Technologie ist jetzt überall. Was ist mit dir? Gibt es Programme, an denen du interessiert bist? Ich habe mich mit Grafikdesign befasst. Es ist so kreativ. Das klingt aufregend. Lassen Sie uns gemeinsam einige Optionen erkunden. Lektion 11. Strandstimmung Anna, wie wäre es, wenn wir bald eine Strandparty haben? Das klingt fantastisch. Was ist dein Plan dafür? Wir können ein paar Spiele veranstalten und die Sonne genießen. Tolle Idee! Wie wäre es, einen Kuchen für alle zu bestellen? Ja, ein Kuchen zum Thema Strand wäre perfekt. Irgendwelche Geschmacksrichtungen im Sinn? Ich denke, Kokosnuss oder Ananas würden gut zum Thema passen. Das sind großartige Entscheidungen. Wir können auch tropische Getränke mitbringen. Unbedingt! Frische Fruchtsmoothies wären erfrischend. Und wir können auch vom Strand inspirierte Musik spielen. Perfekt! Musik bestimmt immer die Stimmung. Welche Spiele sollten wir spielen? Volleyball ist ein Muss. Es macht Spaß und bringt alle mit ein. Ich liebe Volleyball. Wir könnten auch einen Sandburgenwettbewerb veranstalten. Das wäre saukomisch. Lass uns einen unterhaltsamen Tag daraus machen. Lektion 12. Die Zukunft der Bearbeitung Anna, hast du gesehen, wie sich die Bearbeitungstechnologie in letzter Zeit weiterentwickelt hat? Ja, es ist revolutionär. Die Möglichkeit, Videos und Bilder so einfach zu bearbeiten, ist unglaublich. Unbedingt! Ich finde es toll, wie benutzerfreundlich die Software geworden ist. Es ist unglaublich. Selbst Anfänger können jetzt professionell aussehende Inhalte erstellen. Haben Sie bestimmte Bearbeitung selbst ausprobiert? Ich habe Adobe Premiere verwendet. Es hat so viele Funktionen. Das ist eine gute Wahl. Ich bevorzuge Final Cut Pro für meine Projekte. Beide sind ausgezeichnet. Welche Art von Videos bearbeitest du normalerweise? Hauptsächlich Reiseflugs. Ich mag es, verschiedene Kulturen zu präsentieren. Das klingt aufregend. Ich würde gerne einen deiner Flugs sehen. Ich kann dir einen Link schicken. Welche Arten von Videos machst du? Ich konzentriere mich auf Tutorials und DIY-Projekte. Es macht Spaß, Wissen zu teilen. Das ist genial. Ich denke, die Leute schätzen es, neue Fähigkeiten zu erlernen. Definitiv. Die Bearbeitung ermöglicht es uns auch, Geschichten auf kreative Weise zu erzählen. Ja, die richtigen Änderungen können die emotionale Wirkung wirklich verstärken. Ich stimme zu. Es ist faszinierend, wie ein paar Änderungen alles verändern können. Lass uns eines Tages an einem Projekt zusammenarbeiten. Lektion 13 Schuhe kaufen Anna, ich brauche ein neues Paar Schuhe. Willst du mir bei der Auswahl helfen? Das klingt lustig. Nach welcher Art von Schuhen suchst du? Ich denke über etwas Lässiges, aber Stilvolles nach. Ein guter Plan. Wir können zusammen das perfekte Paar finden. Schauen wir uns das neue Geschäft in der Innenstadt an. Ich habe großartige Dinge gehört. Tolle Idee. Hast du eine Farbe im Sinn? Ich dachte über klassisches Schwarz nah oder vielleicht über etwas Kühnes wie Rot. Beide Optionen sind großartig. Schwarz ist vielseitig. Schwarz ist vielseitig, aber Rot ist ein Hingucker. Genau. Ich möchte Schuhe, die ich zu verschiedenen Anlässen tragen kann. Hast du über den Stil nachgedacht? Sneakers oder Slipper? Ich denke, Sneaker wären für den täglichen Gebrauch bequemer. Gute Wahl. Komfort ist der Schlüssel, besonders wenn sie viel auf den Beinen sind. Achten wir darauf, die Polsterung und Passform zu überprüfen, wenn wir sie anprobieren. Klingt nach einem Plan. Ich freue mich darauf, mein neues Lieblingspaar zu finden. Lektion 14 Umgang mit Ablenkungen Anna, ich habe in letzter Zeit Probleme, Ablenkungen auszublenden. Wie steht's mit dir? Ich verstehe es, John. Manchmal ist es immer noch schwierig, sich zu konzentrieren, besonders bei all dem Lärm. Ich versuche, mir für jeden Tag konkrete Ziele zu setzen. Es hilft mir, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Das ist klug. Ich verwende oft eine To-Do-Liste. Dinge abzuhaken fühlt sich befriedigend an. Oh, auf jeden Fall. Ich nehme mir auch Zeit für Pausen, um neue Energie zu tanken. Gute Idee. Pausen können die Produktivität tatsächlich steigern. Ja, ich finde, ein kurzes Gehen oder Dehnen hilft mir, den Kopf frei zu bekommen. Das sollte ich versuchen. Hast du einen Lieblingsplatz zum Spazierengehen? In der Nähe gibt es einen schönen Park mit schönen Bäumen und Wegen. Was ist mit dir? Ich liebe es, am Fluss entlang zu gehen. Das Geräusch von Wasser ist so beruhigend. Das klingt herrlich. Die Natur tut wirklich Wunder für unseren Geisteszustand. Das tut es wirklich. Lassen Sie uns verzichten, während unserer Arbeitstage mehr Pausen einzulegen. Lektion 15 Ein besonderer Moment Anna, hast du jemals einen berührenden Moment auf einer Hochzeit erlebt? Ja, ich erinnere mich, als der Bräutigam die Hand seiner Braut nahm, als ihr Vater sie dort zurückließ. Das ist so eine wunderschöne Geste. Es symbolisiert Unterstützung und Liebe. Genau, es ist ein Moment voller Emotionen. Hattest du einen Lieblingsmoment bei der Hochzeit? Ich habe die Gelübde geliebt. Manche Paare werden wirklich kreativ und persönlich. Die sind immer unvergesslich. Es ist toll zu sehen, wie Paare ihre Liebe auf einzigartige Weise ausdrücken. Ganz gewiss. Hast du jemals darüber nachgedacht, was du in deinen Gelübden haben willst? Ja, ich möchte, dass sie von Herzen kommen und vielleicht ein bisschen Humorwoll sind. Ein bisschen Humor kann die Stimmung aufhellen. Das macht den Moment noch besonderer. Definitiv. Und ein gutes Lachen kann eine bleibende Erinnerung schaffen. Apropos Erinnerungen. Hast du irgendwelche Hochzeitsouvenirs? Ich habe ein paar Tischkarten und Fotos. Sie erinnern mich an diese besonderen Tage. Das ist herrlich. Das sind greifbare Erinnerungen, die wir für immer bewahren können. Lektion 16 Pumpkin Fun Anna, hast du schon einmal einen Kürbis für Halloween geschnitzt? Ja, es macht so viel Spaß. Zuerst schöpfen wir die Samen des Gemüses heraus. Richtig. Und dann schneiden wir Löcher in die Seite, damit es aussieht, als hätte es Augen. Ich werde gerne kreativ. Ich werde gerne kreativ. Letztes Jahr habe ich ein gruseliges Monster gebaut. Das klingt großartig. Ich entscheide mich oft für ein dummes Smiley. Dumme Gesichter sind toll. Sie lassen den Kürbis fröhlich aussehen. Toastest du die Kürbiskerne danach? Sie machen einen leckeren Snack. Ja, ich liebe gewürzte Kürbiskerne. Sie sind knusprig und köstlich. Ich stimme zu. Es ist eine perfekte Art, jeden Teil des Kürbises zu verwenden. Hast du schon einmal versucht, den Samengewürze hinzuzufügen? Ja, ein wenig Paprika und Salz machen sie besonders aromatisch. Das sollte ich versuchen. Was ist dein Lieblingsgericht zum Thema Kürbis? Definitiv Kürbiskuchen. Es ist ein Klassiker, besonders in den Ferien. Das klingt herrlich. Lass uns das bald planen. Ich mache eine Kombination aus Cardio- und Krafttraining. Wie oft trainierst du in einer Woche? Ich versuche ungefähr viermal pro Woche Sport zu treiben und die Dinge durcheinander zu bringen. Das ist beeindruckend. Hast du ein Lieblingstraining? Radfahren macht Spaß. Ich laufe gerne, besonders im Freien. Ja, ich laufe gerne am Fluss entlang. Die Landschaft ist wunderschön. Das klingt nett. Ich sollte diese Route irgendwann ausprobieren. Das solltest du auf jeden Fall. Dadurch fühlt sich der Lauf kürzer an. Ich höre beim Sport immer Musik. Was ist mit dir? Ich bevorzuge Podcasts. Sie beschäftigen mich beim Laufen. Lektion 18 Die Kosten des Hasses Anna, hast du jemals darüber nachgedacht, wie sich das auf Menschen auswirkt? Ja, es ist eine destruktive Emotion. Es verhindert, dass Menschen ihr Potenzial ausschöpfen. Genau. Hass kann Menschen ihre Chancen und ihres Glücks berauben. Es entsteht auch ein Kreislauf von Negativität und Konflikten. Wie glauben Sie, können wir diesen Kreislauf durchbrechen? Die Förderung von Verständnis und Empathie kann sehr hilfreich sein. Ja, Bildung spielt eine Schlüsselrolle bei der Förderung der Akzeptanz. Es ist wichtig, Kindern schon in jungen Jahren Freundlichkeit und Respekt beizubringen. Glauben Sie, dass soziale Medien Hass beeinflussen? Es kann, aber es kann auch eine Plattform für positive Veränderungen sein. Stimmt. Es geht nur darum, wie wir es verwenden. Die Förderung eines positiven Online-Dialogs kann einen Unterschied machen. Konzentrieren wir uns darauf, Freundlichkeit in unseren eigenen Kreisen zu verbreiten. Definitiv. Kleine freundliche Handlungen können zu großen Veränderungen führen. Lektion 19 Snacks am Filmabend Anna, vergiss die Snacks für den Filmabend nicht. Sicher. Ich hole ein paar Chips und Popcorn. John Perfekt. Welche Chips magst du am liebsten? Ich liebe Sauerrahm und Zwiebel. Wie steht's mit dir? Klassische Kartoffelzips für mich. Die sind immer ein Hit. Unbedingt. Und Popcorn ist ein Muss. Magst du lieber gebuttert oder pur? Definitiv gebuttert. Je mehr, desto besser. Einverstanden. Vielleicht sollten wir auch ein paar Süßigkeiten hinzufügen. Das ist eine tolle Idee. Schokolade oder Gummibärchen. Ich neige zu Gummibärchen. Es macht Spaß, sie zu essen. Gute Wahl. Sie füllen eine schöne zähe Textur hinzu. Und sie sind farbenfroh. Lässt den Imbiss-Tisch festlich aussehen. Genau. Wir werden den ultimativen Filmsnack anbieten. Lektion 20 Konzentriert bleiben Tore. Irgendwelche Tipps, um konzentriert zu bleiben und Ablenkungen zu vermeiden. Anna? Ja. Ich finde, es hilft wirklich, einen Zeitplan zu erstellen. John Das ist klug. Ein klarer Plan hält sie auf Kurs. Genau. Ich lege auch bestimmte Zeitblöcke für Aufgaben fest. Tolle Idee. Das hilft, die Zeit effektiv zu verwalten. Ich schränke meine Telefonnutzung auch in diesen Zeiträumen ein. Guter Anruf. Soziale Medien können eine große Ablenkung sein. Ganz gewiss. Wie wäre es mit Pausen? Ich glaube an kurze Pausen, um meinen Geist wieder aufzuladen. Das ist Essenziel. Es verhindert Burnout und hält die Produktivität hoch. Dafür verwende ich gerne die Pomodoro-Technik.